Ich glaube, ich muss das einfach machen. Ich starte einfach ein bisschen weiter vorne. Ja! Ja! Oh mein Gott! Hey Sascha! Tschüss, das ist alles! Immer! Wow! Und ich weiß nicht, was der Plan ist. Nee, also Leute, wir haben uns diese Halle hier in Stuttgart gemietet. Die Freestyle Academy, das ist das Ultramat. Digga! Digga, wir sind da! Leute, wir sind da, wir sind in Stuttgart, in der Freestyle Academy. Das ist unser Top-Portler, top motiviert. Wir haben einen Kanu hier, wir haben einen Rasenmäher hier, wir haben einen Bobbycar, wir haben einen Trottinett. Und ein Klappfahrrad. Ein Klappfahrrad und wir können uns diese Rampen runterjieten hier. Die Frage ist, machen wir das jetzt am Anfang, dass wir es durchhaben? Nee, nee, wir warten noch auf einen Spezialgast, der auf dem Weg ist. Das heißt, jetzt ist so ein bisschen Einwärm nachher, dann Spezialgast und mit dem Spezialgast startet dann die ultimative Jitung. Komm, 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 komm! Ja! Ja! Okay, okay, Achtung! Geil! Ja, sehr, sehr geil! Also Spezialgast kommt, wir sagen es jetzt einfach, Sascha Hellinger ist auf dem Weg. Unsympathisch TV. Wir haben ihn angerufen, hat gesagt, ja, er kommt. Okay, am geilsten wäre, er steht irgendwo dort unten oder er ruft mich an oder so. Du bist oben ready mit dem Rasenmäher. Oh, und du führst ihn hier so durch. Und ich führe ihn so rein und dann sage ich, ja, und da oben ist Paul und dann direkt musst du rein gehen. Und dann hielt ich mit dem Rasenmäher. Ja, genau so machen wir das. Aber wie zeigt er? Wir bereiten das jetzt vor. Der ist hier ungefähr 15 bis 20 Minuten, wird der hier sein. Vielleicht sogar weniger. Vielleicht zählen. Vielleicht sogar weniger. Wir holen jetzt den Rasenmäher, dann kommen hier meine Füße hin. Und die springst du weg, wenn du nicht auf dem Rasenmäher landest? Das, nach seitlich. Also ich würde sagen, das überlebe ich auf jeden Fall. Also ich meine, das Gefährlichste, was passieren kann, ist ein Punkt hier. Rasenmäher denkt sich, what the fuck, geht hier rüber. Du gehst über diese Kante und dann über diese Kante hinab. Ich habe jetzt hier von Milo sein Auto und sein Fahrrad geholt. Und ich würde mal mit dem Fahrrad zum Testen die kleine einpacken. Oh, mein Gott. Alter, das war crazy, Mann. Aber es war sehr knapp. Heute hat mich gerade gefallen, aber ich glaube, dass es eine gute Idee ist. Ich sage ganz klar, ja. Ich glaube, vielleicht sogar geht die ganz große. Wir müssen einmal die große von oben angucken. Kommst du mal mit? Das war genau in die Mitte. Nein, nein, nein. Nicht so schnell. Wir machen jetzt noch nicht machen, ja? Ja, ja. Was war das denn? Das war viel zu nah, du hattest an dieser Kante. Ich glaube, du darfst nicht mehr springen, leider. Das war viel zu hoch. Das war viel zu hoch. Und da noch Leute rein und Wasser. Wir fliegen richtig weit. Ich muss heute noch zwei Sachen machen. Ich werde mit meinem Klappfahrrad die größte Rampe springen, die diese Halle hier zu bieten hat. Und ich werde mit einem Rasenmäher die zweitgrößte Rampe springen, die diese Halle hier zu bieten hat. Sascha Hellinger wird hier gleich ankommen. Adi Tutoro steht draußen. Wir werden hier gleich noch richtig heaten. Und dann gibt es natürlich noch die allergrößte Challenge mit dem Kanu, die größte Rampe. Wir haben eine neue Technik entwickelt. Wollen wir es mal so unter? Wollen wir es mal präsentieren? Okay. Komm. Die würde ich gerne mal auf der mittleren sehen. In 20 Sekunden geht es los. Oh mein Gott, oh mein Gott, Digga, mit dem Skimboard. Ey, einmal Applaus. Weißt du, wir labern hier, ist so richtige Scheiße, aber wirklich noch Props an die beiden. Das braucht ultra viel Mut, weil ihr wisst nicht, diese Dinger hier, wenn du hier, erst mit kurzer Hose, wenn du hier runterrutscht, ist es halt scheiße. So, ne? Es ist halt komplett shit. Oh boy. Boah, Alter. Yes. Ja. Ja. Yes. Nee, ich hab nicht ganz. Aber gut. Oh. Haare zusammenbinden. Check. Adi? Ich hab keine Haare, ich muss nichts zusammenbinden. Piercings. Brustwarzen abkleben. Wer hat jemand hier Piercings? Anwesend. Bitte aus sich. Where Paul Freyji is heating itself down. Und Sascha ist immer noch nicht hier. Ich sag ganz ehrlich, ist Sascha schon am Streamchat? Oder noch nicht? In Stuttgart. Ja, die Halle ist in Stuttgart. Hier. Freestyle Academy Stuttgart. Sehr, sehr geil. Wirklich sehr, sehr geil. Trampoline, Airbag. Ist auch nicht bezahlt oder so, die Kooperation. Wir sind einfach hier. Freyga hat das, glaube ich, gemietet, der Ehrenbruder. Ich sag, er kommt noch. Er ist offline. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Holy shit. What the fuck? Ne, ich würd sagen, von der springt man wirklich deutlich weiter. Höherer Anlauf, höherer Abflug. Und irgendwo so in diese Richtung. Vielleicht mit einem kleinen Bike. Soll ich es mit einem kleinen Bike probieren? Warte, ich such das mal. Ich guck mir das mal an. Aber denkst du, ich kann es mit dem machen schon? Die ganz große. Ja, die, die du jetzt gefahren bist. Wäre schon geil, wenn du es machst. Das letzte Mal, als ich das zu jemandem gesagt habe, hieß dieser Mann Sirac. Ist leider im Krankenhaus. Ja gut, los jetzt. Man ist schon ein bisschen schneller, aber es geht. Das ist cool. Das ist ein cooles Gefühl. Leute, ladies and gentlemen. Adi Totoro mit dem Minirad. Jetzt kam gerade die Nachricht von Sascha. Der hat bis jetzt geschlafen. Aber er kommt jetzt. Sascha kommt. Und Adi will noch einen draufsetzen. Und will mit dem Kinder-Mini-Rad hier runterfetzen. Hier geht es hoch. Da in den Airbag rein. Das ist schon wirklich richtig krass. Vom Kicker. Wie viel mehr hat der gekickt, als der mittlere? Der kickt. Also gibt es die Chance, dass ich so nach hinten umfalle? Nee. Ich sage es dir so. Der zweite Kicker ist zwar niedriger, aber steiler. Der hier ist wirklich flacher. Du fliegst nicht so in die Höhe, sondern eher in die Weite. Deswegen fühlt er sich nicht so krass an wie außen. Ich habe Angst im Flachen und dann in die Rampe rein. Das ist der Phase, wo ich am meisten Angst habe. Da ist doch davor schon jemand gefahren, oder? Der große nicht. Der große wäre ich der erste. Ich glaube, ich muss das einfach machen. Ich starte einfach ein bisschen weiter vorne. Ja. Ich gehe mal runter, ja? Ich bin gerade echt nervös, wirklich. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie vor der blauen Rampe bei der Area 47, weil ich mache das nicht jeden Tag. Und diese Rampe hier ist für mich eine Challenge des Jahres. Aber ich pack es gar nicht. Okay, ich gehe jetzt runter. Der soll jetzt einfach runterfahren. Warum steht der da? Na, der hat Angst. Wieso hast du denn Angst? Na, weil das steil ist. Ja, aber es kann doch nichts passieren. Adi, ich habe extra gefragt. Es ist hier noch nie jemand gestorben. An der Stelle gehen wir rein. Adi Totoro mit dem Sprung. Ja! Spring! Ja! 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 Oh mein Gott! Wow! Ja! Ja! Ist das geil! Insane! Aber es geht! Digga, das war crazy! Ja, das war gut. Aber du hast krass gewackelt. Ja, das sind so kleine Räder, wo du drauf sitzt. Wie so ein Bären auf einem kleinen Fahrrad. Drei, zwei, eins. Und? Du hast uns vergessen. Oh. Schön. Bereit? Ja! Drei, zwei, eins. Und? Ah, fuck. Ah, ich habe den Sprung verkeilt. Drei, zwei, eins. Und? Ja, habt ihr noch? Das ist ganz. Schleck, schluck. Eins, zwei, drei. Nein! Zu schnell! Fuck, man. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ah, fuck, man. Der war clean. Der war clean. Den nehme ich. Wenn dein Skateboard hier in meinen Oberschenkel reingeht, dann knallt's. Okay. Okay, warte mal. Ich hab so Angst. Ja! 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 Okay, ist das soweit? Nein. Doch, doch. Er ist da. So, Leute, die Privatsphäre halten wir hier. Wir haben jetzt was Kleines vorbereitet, was ich dir gerne präsentieren würde. Okay. Komm mal mit. Okay. Stream, ich hoffe, ich bin's gut. Ey, Sascha, schön, dass du da bist. Immer. Wow! Oh mein Gott. Ey, Leute, der Rasenmäher, der geht super über die Rampe hier. Wie schön, dich zu sehen. Es hat sich nichts geändert zu sehen. Es ist alles gleich. Woher habt ihr den Rasenmäher? Habt ihr den mitgebracht, oder war der nicht? Den haben wir mitgebracht. Das ist ja überkacke. Schön, dass du da bist. Geil. Danke, ja. Wie hast du noch deinen Mittagsschlaf verkraftet? Gut, wirklich gut. Ich hab geschlafen wie ein Baby. Oh, das war so. Okay, wollen wir jetzt einfach ins Kranus? Ja, oder? Aber hast du Bock mit dem Bobbycar? Jetzt, Leute, Sascha Hellinger mit dem Bobbycar über diese Rampe. Wir haben schon in der Area 47 einige Stunt-Erlebnisse zusammen gehabt. Und da muss ich sagen, ist dieser gute Herr schon ordentlich gesendet nur im Hochseilgarten. Meine Oma hat sich relativ spät noch im Alter ein Fahrrad zugelegt. Das war genau so, war es fünf Meter und sie hat es geschmissen. Ehrlich? Ja, ja, leider. Dann müssen wir deine Oma jetzt einmal zeigen, wie das richtig geht. Oh mein Gott. Oh nee. Oh, zeig nochmal her. Wer muss nach vorne? Äh, tatsächlich ich, ne? Der Leichteste da vorne, der Schwerste. Wenn ich der Leichteste? Oh mein Gott. Oh mein Gott, die sieb fünfte Klasse. Was hat das denn jetzt? Jetzt gehe ich da vorne. Ähm, ich hätte nur eher, wie hieß denn die Polsterung am Po? Am Po sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, das ist ein Zweierding. Ne, ne, vorne. Also das ist ja wirklich so groß. Was ist das denn jetzt für dich? Jetzt komme ich mich den Lehen jetzt hier rein. Oh mein Gott. Du hast Wokken gemacht. Oh mein Gott. Warte mal, warte mal. Im Flug. Was machen wir im Flug? So. Was machen wir im Flug? So? Ich weiß es nicht. So. Oder wir halten uns aneinander fest. Ich habe einfach so. Ja. Zusammenfliegen. Ich sage, du hast nicht die Arsch gerade, weil du landest auf Paul und Paul landet auf Adi. Ja, lauter. Wir machen jetzt den Abschluss. Wir wissen nicht, was passiert, aber wir gehen einfach rein. Ey, schön, dass ihr da wart. Servus, Leute. Ich bin mit dem Knie auf Pauls Rücken voll. Alter, das ist auf meinen Elm. Ich bin auf euch draufgefallen. Geh doch einmal alleine, warte kurz. Ja. Oh mein Gott. Rini und ich würden gerne noch was präsentieren. Ah ja. Jo. Und da könnt ihr sehen, wenn es in den Pfeilen. Ich habe sie durch. Ich habe sie durch. Machst du Rücken. Wow. Oh mein Gott. Wow. Wow. Ich streame jetzt wieder vier Wochen nicht. Vielen Dank fürs Zugucken. Ciao, Leute. Vielen Dank.